Das Werk kaufen? Ich soll das Werk kaufen? Ein wunderbarer Vorschlag. Das Werk gehört mir bereits. Und jetzt appelliert ihr an meine Menschlichkeit. Hier. Wo war eure Menschlichkeit? Damals, vor 25 Jahren, als vor Gericht ein Meinheit gegen mich geschworen wurde. Als ich davon gejagt wurde. Als ich verwöhnt und verspottet wurde. Keine hilfreicher Hund von euch hat sich mir entgegengestreckt. Niemand hat mir Hilfe angeboten. Niemand hat sich hinter mich gestärkt. Niemand hat mich unterstützt. Das Kind, das ich in mir trug, hat den Unfall nicht überlebt. Ich schon. Aber ich kann seitdem keine Kinder mehr bekommen. Hättet ihr rechtzeitig die Feuerwehr gerufen, dann wäre das noch zu ändern gewesen. Dann hätte wahrscheinlich sogar das Kind überlebt. Aber nein, ihr seid davon gelaufen. Durch Feige vom Acker gemacht. Hinterher zu lügen. Mich in den Dreck zu ziehen. Und jetzt. Jetzt appelliert ihr an meine Menschlichkeit. An meine Menschlichkeit. Ich führe jetzt das Geschäft. Zu meinen Bedingungen. Gülm. Hat mich zur Hohre gemacht. Und ich werde Gülm. Zum Badell machen. Es tut mir. Wir probieren. Untertitelung des ZDF, 2020